In diesem Video geht es um inhomogene lineare Funktionen. Wie bei der homogenen linearen Funktion möchte ich mir zuerst mit dir ansehen, wie man eine inhomogene lineare Funktion mit Hilfe einer Wertetabelle zeichnen kann. Im Gegensatz zur linearen Funktion siehst du nun hier bei der Funktionsgleichung y ist gleich 0,5 mal x, hintendran noch plus 1. Was das plus 1 bedeutet, wirst du nun in diesem Video sehen. Wir starten wieder mit der Wertetabelle, beginnen bei einem x-Wert von minus 1, gehen dann weiter zu x ist 0, x ist 1 und x ist 2. Setzen wir nun für x minus 1 ein, erhalten wir y ist gleich 0,5 mal minus 1 plus 1 ist gleich 0,5 mal minus 1 wären minus 0,5 plus 1 wären plus 0,5. Wenn wir dann weitermachen, 0,5 mal 0 ist 0 plus 1 ist 1, einmal 0,5 ist 0,5 plus 1 ist 1,5, 2 mal 0,5 wären 1 plus 1 ist 2. Diese Werte zeichnen wir nun in unser Koordinatensystem. Im Gegensatz zur homogenen linearen Funktion siehst du nun hier bei der inhomogenen linearen Funktion, dass der Punkt p dieses Mal nicht genau im Ursprung liegt, sondern nach oben verschoben ist auf der y-Achse. Dieser Abschnitt wird als d bezeichnet, als y-Achsenabschnitt. Wenn wir nun durch die vier Punkte wieder eine Gerade legen, haben wir nun also unsere fertige Funktion. Wie schon bei der homogenen linearen Funktion kann man auch eine inhomogene lineare Funktion mit Hilfe des Steigungsdreiecks zeichnen. Du siehst hier wieder unsere Funktionsgleichung y ist gleich 0,5 mal x plus 1. Inhomogene lineare Funktionen sind wie folgt aufgebaut. k mal x, das kennst du schon von der homogenen linearen Funktion und dann am Ende noch plus d. k ist in diesem Fall 0,5 und unser d wäre in diesem Fall 1. Bevor wir starten, schreiben wir uns das k wieder heraus, die Steigung k ist gleich und das ganze schreiben wir wieder als Bruch. 0,5 als Bruch wäre ein halbes. Wir müssen nun also auf der x-Achse 2 Schritte gehen, weil 2 im Nenner steht und wir müssen auf der y-Achse einen Schritt gehen, weil hier 1 im Zähler steht. Der Wert d, also der y-Achsenabschnitt wird nun als erstes auf der y-Achse eingetragen. Wir haben hier also den ersten Punkt. Danach machen wir wieder weiter mit unserem Steigungsdreieck. Wir gehen nun also in x-Richtung zwei Schritte nach rechts und einen Schritt in y-Richtung nach oben und fertig wäre unser Steigungdreieck. Wie du hier siehst, wäre es natürlich auch möglich, mit diesem orangen Dreieck das Steigungsdreieck einzuzeichnen. Es wäre dann ein Schritt auf der x-Achse nach rechts und 0,5 nach oben. Es lässt sich aber um einiges sauberer zeichnen, wenn wir, wie hier beim blauen eingezeichnet und zuvor erklärt, zwei Schritte nach rechts und einen nach oben gehen. Nun müssen wir wirklich nur mehr den Funktionsgrafen einzeichnen und fertig ist unsere inhomogene lineare Funktion. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.